Hallo, mein Name ist Nicodemus Berger. Ich bin Küchenchef im Bon Vivant Cocktail Bistro in Berlin-Schöneberg. Wir sind ein vegetarisches Fine-Dining-Restaurant. Seit April 2023 haben wir unseren ersten Michelin-Stern bekommen. Abends machen wir mehrgängige, sechsgängige vegetarische Menüs. Und dann haben wir noch den Brunch, wo wir etwas einfacher, ein bisschen reduzierter, aber sehr leckere Gerichte machen. Um euch ein bisschen einen Einblick in unsere Küche zu geben, habe ich euch aus dem Brunch heute das grüne Chuck Schuka mitgebracht. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de